Hi, Reggie hier. Ich stehe in Falun zur Ski-WM. Hinter mir seht ihr das eh. Wir sind bei der Audi Driving Experience. Ich denke, das wird eins meiner Highlights hier. Ich habe vorher gesehen, das hat schon nicht so schlecht ausgeschaut, wie der Kurs mal rum ist. Let's run! Das ist top. Wäre was für mich zu Hause. Affengeil, wirklich. Man sitzt eigentlich nur drin und grinst. Man hat die ganze Zeit so ein breites Grinsen auf. Also er fährt ähnlich. Yeeha! Ich durfte gerade mal mitfahren mit Matthias Ekström, er hat das Ding ganz nett um die Ecken gelassen. Ja, das können wir öfters machen. Vielen Dank für die Erfahrung. Es ist einfach gigantisch Wahnsinn, wenn ihr jemals die Chance habt, nutzt sie, es macht einfach mega Spaß. Es ist gewaltig und richtig gut.